Jo, herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Rölpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play BROFORCE! In der ersten Folge haben wir, ich glaube, Level 11 abgelassen, weil hier ist Level 12 und da ist Level 13 irgendwo. Und, ja, wir haben zum ersten Mal diese komischen Seuchenviecher hier getroffen. Hier sieht man hier so ein bisschen. Auch nicht. Okay. Schwindig, sobald ich eben hier kommt, dass sie da hat. Das geheimnisvolle Land Afrika berichtet von Sichtungen, illegaler außerirdischer Einwanderer, bringt ihnen Demokratur. Okay. Demokratur heißt eigentlich Demokratie? Irgendwie dort? Bin ich jetzt auch nicht an Bord. Ah, gut. So, jetzt geht's. So übermächtige und unterbezahlte Einheit wird das schon schaffen. Weil die Viecher sind irgendwie nicht so stark, außer ihr kommen zu nahe. Also, ja. Können nicht irgendwie so kleine Schüsse abgeben, um mich ganz zufällig treffen. Einen Schuss. Gut. Los! Komm schon! Weil das macht gar keinen Sinn hier. Ja. Kein Hubschrauber springen, die Leitzeiten sind trotzdem irgendwie so lang. Und danach geht der halt schon. So, dort im Leben. Was sagt. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Ich weiß nicht mehr, wer da ist. So. Aber praktisch sehe ich schon, was ich will. Ich bin wieder anhalten. Locker. Ich bin wieder anhalten. Flolle! He. Ich flieh' hin einfach weg mit dem klingenden Serv disconnected. er könnte vielleicht ein gott der wird mir jetzt nicht ich glaube er ist gut arnold und so nicht in sicheren weg glaube ich er ist nicht diesmal nicht so fehlen wie in den anderen haben wir brauchen um zu sehen mein gott echt ich habe ja so dreck noch mal noch mal ich habe gesagt nicht reichen gott man hat schon wieder los weil sind so sachen von denen ich irgendwie nicht einsehe hier zu prägen ist da bro ist das team eigentlich auch gar nicht hier einfach unterlaufen wir einfach so ihr seid doch bestimmt anwältig gegen feuer warte ist euch ich habe mehr verarbeitet eigentlich nicht zu nahe kommen er war erst kaputt meine armee nein gut noch ein bro retten und ich habe einen neuen bro sehr gut kommt schon auf einmal so lange wenn man mehr von meiner stimme und sich wegen wochen spiel und mehr um sich meine stimme zu konzentrieren da dauert jetzt schon extrem langer als andere warum ist das so laut welchen der machen ja nur unten schießt sondern das hat er wird dieser voll unbrauchbar man muss schon besser dicke schüsse jetzt könnte ruhig näher kommen nein überwiegend so ein bisschen da hochkommen umschießt es ist ein gott die steine wie auch passen Das kann ich auch ein bisschen vermachen kurz, dann ist es auch gut, wenn ich mich hier nenne, okay. Ja, nehmen wir jetzt. Ähm, ne. Runter. Jetzt holen wir die größte Nähe ab. Runter. 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 Ich meine, da ist jetzt immer unser Ziel. Ha. Ha. Hosen. Sehr gut. Ja. So, wieder so eine lange Lade-Screen hier. Jo. Ne, doch nicht. Ich bin einfach mal hier hoch. Okay. Du, 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 du. Hoa. Ich kämpfe so, mit euch, wie es sich gehört. Du, du. Du, du, du. Da seid ihr schon da. Oh, cute. Schon wieder so einer. Genau da hin. Ma. blöd ich war lieblich entfernen nicht mehr so ein bisschen die gegessen sehr gut und er ist ausgang sind ausgezeichnet wenn man euch freischalten wir haben unnötig leben bei dem einen verband hat aber habe trotzdem geworden und das ist das was zählt haha okay da so ich bin die Da haben wir auf den Stahl gelegt! Kann ich auch auch schaukeln? Ich kann nicht mehr schaukeln! Ich kann nicht mehr schaukeln! Das ist auch viel besser, ja. Hallo, was bist du denn, du großes Teil? Ach, Mann. Oh, nein. Rennen, rennen, rennen. Let's go. Start, start. 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 Kann man noch retten. Noch zwei Wegen. Gehst du mal irgendwo an der Wand ran, danke. Oh, stimmt. Ach, nicht töten. Das ist das Ziel. Wo ist das? Ausgezeichnet. Jetzt läuft's noch. Außer es kommt wieder ein Boss, dann kommt wieder unnötige Töte. Unnötige Töte. Unnötige Tode. Äh. Äh. Für die Partizipazien? Ich glaub, ja, ne? Aber diese Aufnahmesession müsste ich das Spiel auch durchspielen, oder? Geht's nicht total verkackt? Die nächsten fünf, sechs Folgen. Mal schon. Mal schon. Mal schon mal aufbauen. Hm. Aber warum ist der Leibchen mit so lang? Das war ja auch nicht so lang, oder? Da hat er nicht ausgänglich. alter warum so lang wenn irgendwie so eine riesige level irgendwie geladen werden würde machen oder springst du runter und schützt was hat cool ok start das land was wenn ich darunter mann war super was das ist ja gut amerika sehr gut nächster gegner 13 nächstes ging es mit aubergine unser schönes hawai fremdartige gesinne macht sich innerhalb unserer grenzen breit entfremdet sie alles klar ist da hier musste erst mal ein boss immer locker geschafft haben aber weg damit wir nicht wieder fünf stunden lang screens herr hier und oder vorgott war ich lebe noch stimmen jetzt nicht mehr mal wer hat denn gedacht so fett aussteht Nein! So. So, weiter. Ich glaube, es geht nicht weiter. So. Okay, gut. Ah! Was ist das? Oh man, echt! Na super! Gut. Haha! Warte, der war gerade schießen. Wer unter... Hat er nicht geschossen? Ja, wird. Dann lasse ich euch eben. Ich bin jedem. Mein Gott. Ich gehe von hier unten lang. Oh! Da liegt noch einer! Komm doch mal! Komm doch mal! Ach man! Komm da runter! Warte! Warte, da ist ein Bro! Piss dich! Piss dich! Hexer! Hexer! Einfach Stärkung hier! Ja! Hier ist eine andere Richtung. Oh nein! immer wenn ich grad speedrunnen will! Das ist jetzt so ein Scheiß! Hexer! 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 Dann kann ich aber jetzt hier einen Schnitt machen, oder? Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von... Let's play Broforce! Ich freue mich alle zu schon und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge!